Also wir Grünen stehen für eine bäuerliche Landwirtschaft, für den Erhalt und die Stärkung der bäuerlichen Betriebe hier im Osterhalbkreis und in Baden-Württemberg. Ein zweites wichtiges Anliegen ist für uns die ökologische Modernisierung der Wirtschaft, also die Frage, wie können wir in Zukunft Wirtschaftswachstum generieren, ohne unsere Ressourcen vollständig zu verbrauchen. Und die dritte Sache, die mir ganz, ganz wichtig ist für uns Grünen, das ist eben, dass wir eine gute Bildung für alle hinkriegen, damit jeder alles erreichen kann in dem Land.